So viele Probleme, sie passen gar nicht alle in ein einziges Video. Wir hatten schon angefangen, über Probleme für reguläre Sprachen zu sprechen. Damit meinte ich natürlich algorithmische Probleme. Und ich habe Ihnen auch gleich gezeigt, wie Sie diese Probleme lösen können. Das hat ganz gut funktioniert, manchmal allerdings mit nicht wenig Aufwand, exponentieller Worst Case. Und natürlich hatten wir auch noch nicht alle Probleme besprochen. Es gibt zum Beispiel noch das Wort Problem, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Deshalb heißt es heute Probleme für reguläre Sprachen Teil 2. Und da werde ich Ihnen über das Wort Problem erzählen und auch noch über ein paar andere Probleme, die ich bisher nicht erwähnt habe, am Ende des Videos. Mein Name ist Markus Krötzsch. Willkommen zurück zur Vorlesung reguläre Sprachen. Ich sage schon reguläre Sprachen. So viel reguläre Sprachen haben wir gemacht. Bald haben Sie es geschafft. Zur Vorlesung Sprachen und Automaten hier im Kurs der TU Dresden. So. Das Wort Problem für reguläre Sprachen. Das Wort Problem habe ich Ihnen vorgestellt beim letzten Mal. Es kam in zwei Geschmacksrichtungen. Das eine allgemeine Wortproblem oder das sprachspezifische Wortproblem, sollte ich sagen, hatte eine bestimmte feste Sprache gegeben. Und das Ziel war lediglich für diese Variable, aber für den Algorithmus feste Sprache, eine Lösung zu finden. Also ein Algorithmus, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem man die Wörter einer bestimmten Sprache erkennen kann. Die andere Version davon war es, dass das Wortproblem selbst zur Eingabe eine Spezifikation der Sprache mit enthält. Das war bei uns ein Automat. Und man braucht also einen allgemeinen Algorithmus, der für beliebige Automaten und Wörter entscheiden kann, ob die Wörter zur Sprache des Automaten gehören. Und dieses zweite Problem ist das, was hier besprochen wird. Das Wortproblem für deterministische, endliche Automaten. Hier steht auch gleich, wie es sich damit verhält. Es kann nämlich in polynomierter Zeit entschieden werden. Das sollte jetzt niemanden überraschen. Wenn Sie sich vorstellen, wie ein endlicher Automat aufgebaut ist, dann ist das ja schon im Prinzip ein Algorithmus, der uns sehr konkret sagt, wie man die Akzeptanz bestimmen kann, wie man das entscheiden kann. Man arbeitet den Automaten einfach nur ab. Und dass das in polynomierter Zeit funktioniert, ist nicht schwer zu sehen. Da muss man auch nicht viel im Detail programmieren oder analysieren. Sondern das kann man relativ allgemein sehen. Hier steht nochmal ein Beweis. Wichtig ist, für ein Wort der Länge von W benötigt man nur ebenso viele Schritte, um das Wort zu akzeptieren oder eben abzulehnen. Das heißt also, die Anzahl der simulierten Automatenschritte ist linear in der Größe der Eingabe. Und prüfen, ob dann ein Endzustand erreicht ist, das kann man sicherlich auch leicht. Die Frage ist also nur noch, wie schwer ist so ein einzelner Schritt. Und auch da sieht man leicht, das sollte nicht besonders kompliziert sein. Man kann sicherlich in polynomierter Zeit berechnen, welchen Nachfolger ein bestimmter Zustand mit einer bestimmten Eingabe jeweils hat. Wie genau das funktioniert, hängt natürlich davon ab, wie der Automat in der Eingabe kodiert wurde. Was ich hier spezifiziere, ist eher eine Skizze für einen Algorithmus als ein richtiger Algorithmus. Wenn Sie einen Algorithmus hätten, müssten Sie über Datenstrukturen nachdenken, über Kodierungen. Und eben insbesondere darüber, wie dieser Automat eigentlich aussehen soll. Und davon hängt es dann ab, wie schnell Sie zum Beispiel das richtige Zeichen finden können. Oder den richtigen Zustand finden können, als der der Nachfolgezustand sein muss in einem bestimmten Schritt. Es sollte aber klar sein, dass, wenn Sie dabei nicht ganz und gar verrückte Dinge machen, mit fast jeder plausiblen, normalen Automaten-Kodierung, selbst wenn sie sehr ineffizient ist, aus praktischer Sicht, man das doch in polynomierter Zeit schaffen kann. Also es ist eher schwer, sich vorzustellen, Kodierungen von Automaten, die so unglücklich gewählt sind, dass man nicht in polynomierter Zeit herausfinden kann, in welchem Nachfolgezustand man wählen muss. Dazu sage ich vielleicht nochmal was später über diese Aspekte der Kodierung. Im allgemeinen freut es uns, dass in der Informatik die Eigenschaft, polynomiell zu sein im Zeitverhalten, oft eine sehr robuste Eigenschaft ist. Das heißt, dass sie in der Regel nicht von ganz besonders ausgeklügelten und speziellen technischen Kodierungen abhängt, die wir bis auf BIT-Ebene spezifizieren müssen. Sondern normalerweise können wir relativ leicht sehen, ja, das wird funktionieren und die Details kann man dann anwendungsspezifisch ausarbeiten, aber es wird in jedem Fall prenommiert. Okay. So für deterministische Automaten. Wie ist es jetzt mit regulären Sprachen allgemein? Also das Wortproblem in der anderen Form, in der man also irgendeine reguläre Sprache annimmt und dafür für diese Sprache einen Algorithmus sucht. Und da sehen wir, dass das Wortproblem in lineare Zeit entschieden werden kann bezüglich der Länge des Wortes. Diese Notation sollten Sie hoffentlich kennen aus Ihrer Grundausbildung in Algorithmen und Datenstrukturen oder Einführungsvorlesungen zum Thema theoretische Informatik. Auch die O-Notation, ja, asymptotische Zeitkomplexität von Algorithmen. Wie viele Schritte braucht man? Modulo konstanter Faktoren, die wir hier nicht aufführen. Okay. Und was ich also behaupte, ist, dass es jetzt in linearer Zeit geht. Das habe ich hier oben nicht behauptet, weil ich eben nicht wusste, wie man den Automaten kodiert. Sie könnten sich auch vorstellen zum Beispiel, dass ein Automat kodiert ist als ein langer Textblock, in dem die Informationen irgendwie stehen. Und jedes Mal, wenn ich nach dem Nachfolger eines Zustands suche, muss ich durch den ganzen Text schauen, um zu finden, an welcher Stelle das definiert wurde. Das heißt dann, dass ich für jeden dieser Schritte durch den ganzen Text muss. Das heißt, ich habe am Ende Anzahl der Schritte mal Länge des Textes viel Arbeit. Also eher quadratisch als linear. Bei regulären Sprachen, ohne dass ich jetzt einen Input gegeben habe, für Automaten, sondern in den Fällen, in denen nur das Wort ein relevanter Teil des Inputs ist, kann ich das genauer angeben. Da habe ich auch insbesondere keine Abhängigkeit von irgendeiner Kodierung von einem Automaten. Der ist ja hier überhaupt nicht erwähnt. Und die Kodierung des Wortes ist natürlich immer einfach ein Hintereinanderschreiben der kodierten Zeichen, was ziemlich wenig Platz braucht. Insbesondere deshalb, weil ich ja auch weiß, dass die Zeichen, die überhaupt vorkommen können, nur eine feste, konstante, maximale Länge benötigen in meiner Eingabe. Also wenn ich das Wortproblem für eine bestimmte Sprache lösen möchte, dann weiß ich auch im Vorhinein schon, welche Zeichen überhaupt in dieser Sprache vorkommen können. Und das heißt, die Zeit, die ich veranschlagen muss, um ein einziges Zeichen zu lesen, ist konstant beschränkt, hat nichts mit dem Input zu tun, sondern wird immer eine feste Obergrenze haben, die nur von dieser Sprache abhängt. Okay, warum klappt das jetzt hier mit linear vielen Schritten? Naja, in dem Fall stellen wir uns eigentlich den gleichen Algorithmus wie vorher vor. Wir arbeiten den DFA ab, nur dass der DFA diesmal nicht gegeben ist. Es gibt aber sicherlich einen DFA und wir können uns den als festen Bestandteil unserer Lösung, unseres Algorithmus vorstellen. Das heißt, es ist, wie man sagt, in der Informatik hart kodiert, wie der DFA aussieht. Der Algorithmus intern würde trotzdem genauso funktionieren, die gleiche Anzahl Rechenschritte simulieren, aber die Simulation eines Rechenschrittes hätte eine konstante Zeitobergrenze, die man benötigt, die nur von der gewählten Sprache abhängt, also, oder besser gesagt, von der Codierung des Automaten, die man intern gewählt hat, die sich aber nicht ändert von Eingabe zu Eingabe und die deshalb nicht berücksichtigt werden muss im Laufzeitverhalten. Und hier sehen wir einen typischen Effekt in der Informatik, wenn man über Komplexität und über das asymptotische Verhalten von Algorithmen nachdenkt, dass es immer ganz wichtig ist, klar zu sehen, was ist bei mir die Eingabe, was sind die Dinge, die sich verändern und damit den Parameter definieren, für den ich die Komplexität ermitteln möchte. Also, wenn die Wörter immer länger werden, wie verändert sich das Laufzeitverhalten? Das ist also die Länge des Wortes, das ist ein Parameter. Wenn ich aber dagegen Automaten als Eingabe mit zulasse, dann habe ich zwei Dinge, die länger werden können, der Automat und das Wort und ich muss für beide überlegen, wie das jeweils die Laufzeit beeinflusst und deshalb erhalte ich hier unterschiedliche Abschätzungen, obwohl eigentlich intern fast das Gleiche passiert. Ein anderer Aspekt, den ich auch noch kurz nennen möchte hier, ist natürlich, dass wir hier noch weniger konkret sagen, wie der Algorithmus aussieht. Wir geben auch nicht an, wie man diesen Algorithmus findet. Also, und das ist auch nicht wichtig. Es geht hier in dieser Aussage, in diesem Satz nur darum, dass es einen effizienten, einen linearen Algorithmus gibt und damit das wahr ist, muss man nicht genau sagen, wie man den Algorithmus im Einzelfall erhalten würde. Wenn Sie mir jetzt eine reguläre Sprache geben, könnte ich natürlich einen Automaten konstruieren. Da gibt es Techniken. Ich könnte über den Michael Neuroden Minimalautomaten gehen. Dann hätte ich meinen Automaten aus den Äquivalenzklassen gebildet und den könnte ich dann implementieren. Aber davon steht hier nichts geschrieben. Es reicht aus, dass wir wissen, für jede reguläre Sprache gibt es einen Automaten und damit gibt es auch einen Algorithmus, der funktioniert. Wie man den dann findet, ist eine andere Frage. Es ist auch eine wichtige Erkenntnis, wenn ich über Schwierigkeit von Problemen in der Informatik rede, dann ist damit nicht gemeint, wie schwer ist es für Menschen, sich die Lösung zu überlegen, sondern es ist nur damit gemeint, wie viel Aufwand macht es letztlich für den Computer, die Lösung abzuarbeiten, wenn es überhaupt eine richtige Lösung gibt. Okay, gut. Das ist also das Wort Problem in zwei einfachen Fällen. Was aber passiert jetzt mit Lichtdeterminismus? Wir haben beim letzten Mal ja schon gesehen, manchmal macht Lichtdeterminismus uns das Leben etwas schwerer, wenn es darum geht, Dinge zu berechnen. Es kann vorkommen, dass etwas, was vorher polynomiell war, zum Beispiel exponentiell wird. Das haben wir erlebt bei einigen der Probleme, die wir im letzten Video gelöst haben. Auch hier würde das vielleicht drohen, könnte man sich vorstellen, denn wenn Sie sich überlegen, Sie haben einen nichtdeterministischen Automaten gegeben, dann können Sie den natürlich erstmal nicht so abarbeiten, wie einen deterministischen Automaten. Also Sie können nicht einfach einen Lauf simulieren, denn da gibt es nichtdeterministische Entscheidungen und Sie können nicht einfach zufällig eine Entscheidung treffen. Sie müssten die richtige treffen, um zu sehen, wenn es denn eine solche gibt, um zu sehen, dass es akzeptiert werden kann. Das heißt, NFAs direkt abarbeiten wird schwierig. Unsere Computer sind eben nicht deterministisch in diesem Sinne. Aber wir könnten natürlich, wie wir wissen, den NFA in einen DFA umwandeln. Potenzmengenkonstruktion und dann Wortproblem lösen, wie gerade gesehen. Gute Idee, nicht so gute Idee. Naja, Sie sehen schon, was das auslöst oder was daraus folgt. Natürlich kann diese Potenzmengenkonstruktion exponentiell große Automaten erzeugen und das bedeutet, dieser Algorithmus ist ebenfalls exponentiell, denn wenn Sie diesen exponentiell großen Automaten dann abarbeiten wollen, könnte es passieren, dass die Ermittlung des Folgezustandes, die ja in jedem Schritt nötig ist, nicht mehr in Poinomere Zeit gelegt. Also wir stellen uns wieder eine naive Kodierung vor. Der exponentielle Automat wird erstmal vollständig berechnet. Das dauert ja schon exponentiell lang, wenn man so einen großen Automaten überhaupt irgendwie aufschreiben will, speichern will. und dann würde ich in jedem Schritt suchen müssen, was ist der Folgezustand und dadurch vielleicht, da führt vielleicht durch alle Übergänge durchgehen müssen in einer Schleife, bis ich den richtigen gefunden habe. Das wäre auch wieder exponentiell viel Zeit. Also das ist erstmal, wenn wir nichts Schlaueres darüber sagen, wie wir es genau anstellen wollen, exponentiell. Jetzt hören Sie wahrscheinlich schon aus meinem Reden, dass das vielleicht nicht die beste Art ist, das zu lösen, sondern dass es auch bessere Möglichkeiten gibt und wahrscheinlich hätten Sie auch schon ein paar Ideen, wie die aussehen könnten. Ich präsentiere Ihnen da mehrere Varianten. Erste Variante. Wir könnten doch, anstatt diesen riesigen NFA vorzuberechnen, lieber die Konstruktion dynamisch durchführen. Also im Prinzip, ohne ihn vorher ermittelt zu haben, einfach die Schritte, Schritt für Schritt, mit dem gegebenen Wort zu berechnen. Denn wir wissen, auch wenn der Automat selbst exponentiell ist, kann in einem linear großen Wort natürlich immer nur höchstens linear oft einen Zustand besucht werden. Es gibt nur linear viele Zustände, die verwendet werden. Auch wenn es insgesamt exponentiell viele sind, können so viele Zustände in dem Wort ja nicht vorkommen. Aus das Wort ist schon so lang. In diesem Fall ist dann die Exponentialität auch egal, denn sie geht nicht über die Größe des Inputs hinaus. Okay, also wir versuchen nur die Zustände zu betrachten, die tatsächlich gebraucht werden, als eine Art On-the-Fly-Version der ersten Variante. Wie könnte das aussehen? Hier ist ein Algorithmus, der das darstellt. Die Eingabe ist mein nicht-deterministischer Automat mit seinen normalen fünf Bestimmungsstücken, die Sie schon gut kennen, und das Wort natürlich. Sie fragen, ist das Wort in der Sprache? Das soll am Ende ermittelt werden. Und was wir jetzt machen, ist, wir initialisieren die Potenzmengenzustände und schreiben den aktuellen Potenzmengenzustand, die aktuelle Menge von Zuständen, die da automatisch gelangen könnte, jeweils in jedem Schritt fort. Initialisiert wird das natürlich mit der Menge der Startzustände. Das sind die Orte, an denen wir uns zu Beginn befinden können. Und dann gehe ich einfach durch jedes Symbol Sigma I des Wortes W durch Sigma I bis Sigma Länge von W und berechne in jedem Schritt den Folgezustand. Das ist einfach die Vereinigung aller Nachfolgermengen, also aller möglichen Folgezustände, die ich erhalte, wenn ich von einem der bisherigen Zustände Q in Z mit dem Zeichen Sigma I einen Schritt weitergehe. Und das ist wieder eine Menge. Und man kann sich überlegen, dass insbesondere diese Berechnung auch nicht so viel Zeit braucht. Es gibt nur linear viele Zustände. Das heißt, diese Vereinigung ist über linear viele Fälle, ist also nicht so groß. Und die jeweiligen Folgezustände für jeden einzelnen Zustand zusammenzutragen, wird auch nicht in der Regel mehr als polynomier viel Zeit brauchen. Das heißt, ich habe linear viel polynomier viel Zeit. Die Vereinigung muss ich dann irgendwie kodieren, ach, das schaffe ich in polynomierer Zeit. Und dann habe ich mein nächstes Zwischenergebnis. Und wichtig ist hier eben letztlich, dass das Z immer nur selbst linear groß werden kann. Es gibt eben nur linear viele Zustände in jeder Menge. Dadurch ist dieser Potenzmengenzustand, mit dem wir arbeiten, beherrschbar. Und wenn das passiert ist, wenn ich also meine feste, vorgegebene, lineare Anzahl an durchläufenden Läufen für diese Schleife hier vollendet habe, dann muss ich nur testen, ob irgendein Endzustand in meinem Endpotenzmengenzustand oder meinem letzten Potenzmengenzustand, sollte ich vielleicht sagen, vorkommt. Das kann ich auch wieder ganz naiv machen, indem ich durch alle Endzustände gehe. Und wenn ich einen finde, dann ist ja das Ergebnis. Und falls nicht, dann nein. Okay, das ist also der On-the-Fly-Algorithmus, einfach zu implementieren, ohne dass ich exponentiellen Automaten brauche. Okay, das war Variante 2. Und hier ist noch Platz. Es gibt noch eine dritte Variante, die ich Ihnen auch nicht vorenthalten will, weil sie noch eine ganz andere Idee präsentiert, wie man das Wortproblem lösen kann mit den Techniken, die wir schon kennengelernt haben. Und zwar ist die Idee in diesem Fall, dass wir zunächst eine Hilfskonstruktion machen. Wir suchen uns einen Automaten, den ich hier mal MW nenne, und der nur ein einziges Wort akzeptiert, nämlich das Wort, was die Eingabe darstellt. Das heißt, wir bauen künstlich einen Automaten, der nur dieses untersuchte Wort akzeptieren kann. Das heißt, er hat eine einelementige Sprache. Und dann prüfen wir, ob dieser Automat eine Sprache akzeptiert, deren Schnitt mit der Sprache unseres gegebenen Automaten nicht leer ist. Das heißt, wir untersuchen hier den Schnitt zweier Sprachen, die durch Automaten gegeben sind. Und Sie wissen, das kann man schaffen, indem man einfach das Produkt der Automaten konstruiert und testet, ob dessen Sprache nicht leer ist. Und das sind alles polynomielle Operationen. Produktkonstruktion, Leerheitstest hatten wir beim letzten Mal. Das heißt, das geht auch in Poinomera-Zeit. Hier noch ein paar Details dazu. Wie soll der Automat aussehen, der genau ein Wort akzeptiert? Na, das ist ganz einfach. Sie schreiben einfach so eine Kette von Zustandsübergängen ohne irgendeine Schleife, die genau einen Übergang hat für jedes Sigma, das in ihrem Wort vorkommt. Das ist ein Automat, der genau dieses eine Wort akzeptiert. Und gut, das kann ich also leicht tun in kurzer Zeit. Dann berechne ich den Produktautomaten. Das wird quadratisch, ist aber noch Poinomera-Zeit. Und dann teste ich, ob der Automat irgendetwas akzeptiert. Und falls ja, dann weiß ich, das Wort liegt in der Sprache. Und dieser letzte Test ist ein Erreichbarkeitstest, der auch in Poinomera-Zeit funktioniert. Okay, gut. Damit haben wir also eine dritte Variante. und noch einen Poinomeren-Algorithmus gefunden, der uns einen ganz anderen Zugang dazu bietet. Und ja, wie gesagt, das Interessante ist vor allem zu sehen, wie unterschiedlich man da rangehen kann, um das Problem zu lösen. Und da gibt es sicherlich noch mehr kreative Ideen, aber die sind doch mit sehr wenig Aufwand schon gleich umsetzbar. Okay, damit haben wir also das Wort Problem gelöst für NFAs, und zwar in Poinomierler-Zeit. Also der erste Algorithmus wäre nicht geeignet, um zu zeigen, dass es in Poinomierler-Zeit entschieden werden kann. Die anderen beiden schon. Und damit ist auch das ein Poinomierler-lösbares Problem, trotz Nicht-Determinismus. Okay. Ich möchte, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, noch zum Schluss zwei weitere Probleme kurz erwähnen, die man auch untersuchen kann. Das eine ist das Endlichkeitsproblem für endliche Automaten. Ja, klingt etwas paradox. Sind die nicht immer endlich? Ja, die Automaten schon, aber ihre Sprachen nicht. Die Frage ist also, gegeben ein bestimmter endlicher Automat, ist dessen Sprache endlich, ja oder nein? Und ja, da können Sie auch drüber nachdenken jetzt, wenn Sie mögen. Kann man das, wie könnte man das lösen? An sich scheint es auch erst mal schwierig zu sein, herauszufinden, ob die Sprache vielleicht unendlich ist. Aber wenn Sie an die letzten Videos zurückdenken, dann haben Sie sicherlich schon eine ganz gute Intuition, wie das ist mit Unendlichkeiten in endlichen Automaten. Ja, Sie können ja eigentlich nur entstehen, indem man eine Schleife hat im Übergangsdiagramm. Die Schleife, die wir auch genutzt haben, um das Pumping-Lemma zu erhalten. Und so eine Schleife im Übergangsdiagramm, die kann man sicherlich mit einem Algorithmus finden und auf die Art erkennen, ob also beliebig viele Wörter akzeptiert werden können. Also, kurz gesagt, unendliche Sprachen fordern einen Zyklus und ich kann einfach Zyklen suchen, die sich auf einem Pfad befinden, der vom Start zum Endzustand geht. Also natürlich Zyklen an irgendeiner Stelle, an der ich vielleicht nicht mehr akzeptieren kann. Zum Beispiel wären nicht ausreichend, um endlich viele Wörter zu erhalten, aber wenn es auf einem Pfad vom Start zum Endzustand sich befindet, dann geht das. Und wir wissen auch, dank Pumping-Lemma für jede reguläre Sprache, die unendlich viele Wörter erkennt, muss es einen solchen Zyklus geben. Das folgt unmittelbar aus dem Beweis von Pumping-Lemma, da ich weiß, jede reguläre Sprache erlaubt es mir zu pumpen und ist klar, wenn die reguläre Sprache unendlich ist, dann muss es in einer nicht trivialen Weise gelten, dieses Lemma. Also das heißt, es gibt so eine Größe N ab, der die Wörter alle lang genug sind, um eine Schleife zu erzeugen und weil es unendlich viele Wörter in der Sprache gibt, gibt es auch Wörter, die tatsächlich da reinfallen. Das heißt, es ist auch sichergestellt, dass jede unendliche reguläre Sprache wirklich so eine Schleife hat. Nicht nur, dass die Existenz der Schleife ausreicht, um die Unendlichkeit zu sehen. Beides ist der Fall. Deshalb ist das eine Möglichkeit, das zu entscheiden mit dieser einfachen Idee. Zweites Problem, das man untersuchen kann, ist das Universalitätsproblem für endliche Automaten wiederum. Die Frage hier ist, akzeptiert der Automat alles? Also, gibt es überhaupt irgendein Wort, das der Automat nicht akzeptiert oder wird jedes Wort durch den Automaten akzeptiert? Und da sehen Sie schon, das ist im Prinzip die Kehrseite des Leerheitsproblems, nicht wahr? Das Leerheitsproblem bestand darin, ob die Sprache leer ist, ob kein Wort akzeptiert wird. Und hier fragen wir genau das Komplement davon. Und so können wir es auch implementieren. Wir könnten den Automaten komplementieren und dann auf Leerheit testen. Wie schwierig das ist, hängt nun wiederum davon ab, wie effizient wir komplementieren können. Also bei endlichen Automaten, die deterministisch sind, geht das polynomiell. Bei nicht-deterministischen Automaten wäre das nur ein exponentieller Algorithmus. Und auch hier ist wieder unklar, ob man das vielleicht auch effizienter lösen kann. Okay, aber lösen kann man es. Die beiden Probleme, genau wie alle anderen Probleme, die ich hier besprochen habe, können natürlich auf jede Art von Sprachen angewendet werden. Und wir werden das auch an anderer Stelle sehen, dass wir wieder solche ähnlichen Fragen stellen. Nur, dass wir sie dann natürlich ganz anders lösen müssen, wenn wir nicht die Maschinerie der endlichen Automaten zur Verfügung haben, die wir jetzt fast überall einsetzen können, um solche Fragen zu entscheiden. Okay. Damit haben wir es geschafft. Wir sind durch. Die regulären Sprachen liegen im Prinzip hinter uns. Ich werde es noch mal von den vielen Dingen, die wir besprochen haben, noch mal eine Zusammenfassung erstellen, als ein kleines Video. Und dann können wir endlich einen Schritt weiter gehen und uns mal die kontextfreien Sprachen zur Abwechslung anschauen. Bis dahin. Machen Sie es gut. Bis bald und tschüss. Bis bald und tschüss. Bis bald und tschüss. Bis bald und tschüss. Bis bald und tschüss.